Wenn der FC Bayern auf den VfB Stuttgart trifft, kochen die Emotionen hoch. Seit vielen Jahren liefern sich beide Teams im Südschlager hitzige Partien. Nun treffen beide Teams wieder aufeinander, FC Bayern München, VfB Stuttgart, Sonntag ab 15. 30 Uhr im Leifticker. Bayern gegen Stuttgart. Die Highlights des Südschlagers zum Durchklicken, Bilder Galerie Bayern gegen Stuttgart. Die Highlights des Südschlagers 35 Bilder im Mai 1997 etwa machte der FC Bayern mit einem 4 zu 2 gegen den VfB am 33. Spieltag den Meistertitel perfekt. Ein Torfestival sahen die Fans der Südclubs im Achtelfinale des DFB-Pokals 2010-11. Am Ende stand es 6 zu 3 für die Münchner. In der vergangenen Saisons hingegen schafften es die Schwaben zum ersten Mal seit Jahren wieder, dem Rekordmeister drei Punkte abzuluxen, noch dazu in der heimischen Allianz Arena und zur Meisterfeier. Sport 1 zeigt die legendärsten Duelle zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart. Anzeige Anzeige